Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es darum, ihr könnt euch daran erinnern, ich habe euch mal ein Video vorgestellt oder beziehungsweise ein Video gemacht, wo ich euch vorgestellt habe, wie man am besten einen Multistream macht mit NGINX, dem kleinen Tool. Es war hier und da doch etwas problematisch eigentlich, nur was ich euch jetzt ans Herz legen möchte ist, und das benutze ich jetzt auch seit längerer Zeit, ist die andere Möglichkeit, die es jetzt gibt, und zwar nennt die sich Restream. Ja, Restream ist relativ simpel und zwar könnt ihr euch hier anmelden, beziehungsweise registrieren natürlich und ich mache das mal eben, nur das muss ja nicht jeder sehen. So, ich habe mich jetzt angemeldet, wenn man sich angemeldet hat, kommt ihr dann in euren Bereich. Dort könnt ihr Channels adden. Die Channels addet ihr, ja, je nachdem, was ihr machen wollt. Also sprich, hier gibt es ja Twitch, Ustream, Hitbox und so weiter und so fort. Ihr seht ja die ganze Auswahlmöglichkeiten. YouTube, jetzt sehe ich hier gerade, dass ein neues YouTube dabei ist. Ich hoffe, dass das das ist, womit man auch aus Deutschland dann das machen kann, beziehungsweise wenn es dann freigeschaltet wird. Auf jeden Fall habt ihr unheimlich viele Möglichkeiten, wo ihr streamen könnt. So, diese wählt ihr einfach aus, dann werdet ihr auf die Seite jeweils verfrachtet, also auf Hitbox oder auf Twitch, dort müsst ihr euch einloggen, autorisieren, dass ihr dem zustimmt, dass ihr da weitermachen wollt. Und das war es dann auch schon. Dann habt ihr es eingerichtet. Dann sollte es so aussehen. Dann kommen wir dazu, wie wir OBS dann machen. OBS geht ihr auf Einstellungen, dann hier Einstellungsprofil, macht ein neues hinzu, nennt es Multistream. Bei der Codierung könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich habe zum Beispiel 3000 oder 2500, weil ihr streamt ja nur auf, also zur Seite hin und die Seite selber verteilt das auf mehrere. Ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass im Großen und Ganzen die Qualität nicht wirklich nachlässt. Also ich habe bis jetzt nichts Negatives gehört, dass die Qualität scheiße ist. Also das um Gottes Willen. So, aber ihr geht dann hier auf Livestream, dort wählt ihr den Custom aus, dann müsst ihr hier kopieren. Die RTMP-URL hier einfügen und dann eure Streaming-Key kopieren und einfügen. Und das war es auch schon. Von den Video-Einstellungen her würde ich sagen, ihr solltet das so machen, wie zum Beispiel bei Twitch. Sprich, nein, sollen wir nicht speichern. Sprich, ihr gebt hier bei Erweitert Main an und Keyframe-Intervall auf 2. Ich habe das auch so eingestellt und es funktioniert einwandfrei. Bei Audio, beziehungsweise, ja hier, meine, ich habe gar keine Verschiebung mehr, aber so wie es aussieht, scheine ich auch keine mehr zu haben. Deswegen müsst ihr selber schauen. Beziehungsweise, Quatsch, ich bin ja intern am Aufnehmen, deswegen steht da nichts drin. Normalerweise würde hier 800 Millisekunden-Memberment stehen. Aber ihr müsst einfach ausprobieren, was am besten zu euch passt. Ihr braucht auch nicht jetzt mal hier meinen Streaming-Key auszuprobieren, weil ich werde ihn sowieso gleich ändern. Also von dem her probiert es erst gar nicht aus. Und wenn, ich hoffe, ihr seid gut versichert. So, ähm, ja. Wenn ihr das dann eingestellt habt, geht ihr einfach dann hier auf Stream starten. Und das war es dann auch schon. Normalerweise geht dann hier der Stream auch an und dann kurz Zeit später auf Hitbox und auch auf, äh, Twitch dann. Je nachdem, wo ihr hinstreamt. Jetzt solltet ihr euch noch überlegen, wie ihr das am besten mit, äh, dem, äh, Chat macht. Äh, ich habe einen guten Kollegen in der Streamer-Union, der hat mir was eingerichtet, äh, wo jeweils der Chat rübergeschrieben wird. Ähm, das ist aber was anderes. Ansonsten habe ich bisher immer, äh, ja, auf jeden Fall Twitch aufgehabt, beziehungsweise Hitbox aufgehabt. Nebenbei benutze ich noch Chatty. Kann ich auch sehr empfehlen. Ein richtig cooles Tool, äh, kann ich auch eben zeigen. Äh, dort wird, äh, der Chat mir gezeigt. Dort verpasse ich nichts, weil bei Twitch ist es ja zumeist so, dass man schon mal den Chat verpassen kann. Deswegen, äh, empfehle ich Chatty. Auf jeden Fall. Einfach mal bei, äh, Google eingeben, Chatty und dort findet ihr es schon. Die, äh, wie man das einrichtet, ist eigentlich total easy. Wenn ihr wollt, schreibt es so in die Kommentare. Ich mache einen kurzen, äh, Guide darüber oder Tutorial. Das geht wirklich ruckzuck. So. Ja, aber das war es dann auch schon für Restream. Ich möchte euch dafür begeistern. Wie gesagt, ihr habt mehrere Möglichkeiten, wo ihr hinstreamen wollt oder könnt. Ich will nur überlegen, ob ich Ustream noch mal dazunehmen soll. Das ist bestimmt auch ganz lustig. Um dann halt noch mehr zu erreichen. Umso mehr man streapt, umso mehr Leute kann man erreichen. Und, äh, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst gerne einen Daumen da. Wenn es Fragen dazu noch gibt, stellt es unten in die Kommentare rein. Lasst gerne einen Daumen da, ein Abo, was auch immer. Ich würde mich echt darüber freuen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare rein. Oder halt mir als PM. Ähm, ja. Das war es von meiner Seite aus. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao, tschüss, bis demnächst.